Gute Morgen! Wir kommen zurück zu Story of Seasons of One Rule live. Ich habe gestern es nicht geschafft aufzunehmen, deswegen muss ich das heute machen. Für heute und morgen. Einen wunderschönen Samstagmorgen wünsche ich allen da draußen. Ihr wisst ja, normalerweise nehme ich ja quasi einen Tag im Voraus auf. Ich war gestern so im Arsch gewesen nach der Arbeit, dass ich, weiß ich nicht, ich habe mich hingelegt nachmittags. Wollte eigentlich nur ein, zwei Stündchen pennen und dann aufnehmen. Und was ist, ich wache irgendwie um 22 Uhr kurz auf, weil ich aufs Klo muss. Und stelle fest, was, schon so spät? Ne, dann drehe ich mich gleich wieder um und Gemüsebraten, ok. Also Veganer werden ja auch bedient. Und ja, habe dann einfach weitergepennt und dachte mir, na, dann muss ich das halt heute machen. So. Ja, heute definitiv fünftes Jahr. Gemolken habe ich die schon, ne? Ja, habe ich schon gemacht. Also ich bin nicht ganz... Oh, ich weiß noch, dass ich vorgestern Abend auch nur, weiß ich nicht, nicht mal eine Stunde aufgenommen habe. Oh, guten Morgen, Nachbarin. Man muss laufen, um das aufzuwärmen, wenn es draußen kalt ist. Ja, besonders wenn man nur so ein kurzärmliches Ding wie du anhat. Ah ja, stimmt, wir haben ja auch das erste Mal seit Ewigkeiten wieder das Grab von Nina geputzt. Oh, die Messer habe ich ja schon von... So, was war denn der... Achso, ja. Ausgraben! Ja, lesen wir los. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Nicht so stressreich wie bei mir, aber... Gold nehmen wir gerne. Oh, ich bin so froh, dass ich die Woche hinter mir habe. Und ein bisschen wieder zum Zocken komme. Oh, wie gesagt, ich arbeite muss. Habe ich manchmal bloß zwei Stunden am Tag zum Spielen. Hoffentlich kriegt keiner Kellen. In letzter Zeit muss ich öfter mal... Nase schniefen. Das daneben sieht interessant aus. Das könnte was sein. Was kommt denn das? Eine Krone. Oh, ist ja geil. Also, ich hätte mich jetzt auch über irgendwas anderes gefreut, was wir noch nicht haben, aber eine Krone nehme ich natürlich gerne. Das Beste, was wir bis jetzt kriegen können hier. Ich habe übrigens festgestellt, in Spielen grün ist meine Farbe. Also, wenn man irgendwie Klamotten oder so hat, dann gibt es oft schöne Grüntöne mit grünen Haaren und Klamotten und so. Und das steht mir irgendwie gut, finde ich. Andere müssen vielleicht kotzen, wenn sie das sehen, aber... Ich weiß nicht, ich finde grün ganz geil. Ich muss auch irgendwie immer an Lauren Azor dabei denken, mein Lieblingscharakter aus One Piece. Ich mache mir irgendwie ein Kristall. 1, 2, 1. Okay. 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 Da fehlt ja eigentlich immer noch ein Erz, ne? Also von diesem Jahr. Ist ja ein bisschen kacke, ne? Letzter Tag und noch nicht das letzte Erz gefunden. Da bin ich doch schon ein bisschen... ...getäuscht. Oder gibt's vielleicht auch gar nicht so viele Erze, weil bei den Münzen gibt's ja auch nur drei. Okay, das sah eigentlich eher nach einer Münze aus, aber das ist wohl doch eine komische Statue gewesen. Ich glaube, ich hatte in einem der letzten Parts mal das Spiel Yonda erwähnt, ne? Dieses Chronicle... Ach, keine Ahnung. Da ist jetzt mit dem Update auf der Playstation der Spielstadt kaputt gegangen. Die mussten den entfernen, weil beschädigt. Ich denke, so toll. Ich war gerade im Abspann durch und wollte eigentlich irgendwann mal dann noch weiterspielen und jetzt muss ich wahrscheinlich komplett von vorne anfangen. Sofern ich mir das Ganze nochmal reinziehe. Aber im Moment gerade erst mal nicht. Ich freue mich halt auf nächsten Monat, wenn my time with cent hoc auf Konsole und PC rauskommt. Beziehungsweise ich habe ja damals, wo weiß ich nicht, ein, zwei Jahren, die Beta gespielt. Die habe ich auch immer noch auf dem PC. Bin in allem für sich sehr interessiert daran, wie das Spiel sich noch weiterentwickelt hat. Also, was noch verbessert wurde, wie die Story weitergeht. Weil ich ja nicht komplett... Also, ich hatte bis zu einem bestimmten Punkt, aber die haben ja dann noch weitere Story-Elemente hinzugefügt. Da habe ich aber noch nicht weitergespielt. Ich habe bis zu so einem Punkt gespielt, wo man den Wasserturm... Und ich glaube noch ein Stückchen weiter. Danach war noch irgendwo eine Mine frei geworden oder so. War aber schon cool. Also, die Welt da ist echt geil. Besonders auch das Prinzip mit den Schrott-Elementen. Ich finde es sehr gut, dass sie da das wiederverwerten und so. Das ist ja im Moment bei uns Menschen ein großes Problem. Und so weiter. So, Kater, ein Fischi für dich? Oder ich habe ihm, glaube ich, schon ein Geschenk, ne? Ja, ich habe ihn heute schon ein Geschenk. Da war er noch vor dem Frühstück. Fällt mir gerade so ein. Ja, aber Kater ist immerhin schon, muss ich sagen. So, Charlie, Gerrit. Ja, Gerrit ist noch. Und Takakura. Eigentlich nur die drei, ne? Takakura, Charlie und Gerrit. Ja, und Kater. Also vier. Wobei, Takakura ist ja eigentlich schon fast voll. So, wo ist denn meine Gießkanne? Hier ist meine Gießkanne. Ein bisschen gießen. Uh, hier ist was reif. Uh, noch was reif. Und die Donuts sind auch reif. Yeah, ich kann Donuts ernten. Und die, äh, was wanderte? Ach so, nur normale Erdbeeren, okay. Ich dachte, das wären diese, aber die haben wir ja hier, glaube ich, gepflanzt, ne? Irgendwo. Ne, das ist Süßtoffel, Stecktoffel, Erdblau, 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 Erdblau. Genau, da hatten wir ja drei. Erdrotte und Süßbeeren, genau. Süßbeeren, das war die, die wir noch nicht hatten. Ein bisschen Kohle ist immer gut. Du, du, du. So. Machen wir daraus ein paar Samen. Und packen welche im Kühlschrank für unsere Zwicky. Ja. So, okay, 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 goodbad. Ich hab ja Hunger. Genau, ich wollte ja irgendwas essen. Hier, Sushi. Sushi geht immer. Dann einmal wieder sortieren. Winter bis Sommer, die kann man anpflanzen. Nur im Winter, die kann man nicht mehr anpflanzen. Weil der Winter ist ja jetzt quasi vorbei. Die paar Sachen können wir erstmal wegpacken. Weil Van kommt ja erst wieder im Frühling. Und da sind wir ja erstmal nicht mehr am Sport. Allerdings, morgen beginnt ja der Frühling. Frühling bis Sommer. Frühling bis Sommer. Sommer bis Herbst. Frühling bis Herbst. Frühling bis Herbst. Frühling bis Herbst. Frühling bis Sommer. Frühling bis Sommer. Aber erst mal noch andere Sachen, ne? Frühling bis Sommer, wie drüber, Sommer bis Herbst, Sommer bis Herbst, Frühling bis Herbst, nur im Herbst, das sind ja, äh, Sommer, nur im Frühling, nur im Frühling, Sommer, Herbst, nur im Frühling, nur im Herbst, Frühling, Sommer, äh, Herbst, Sommer, Frühling, Herbst, Frühling, Sommer, boah, ist irgendwie ein bisschen lästig, immer nachzugucken, wann was wächst, das im Frühling, im Sommer, Sommer, Herbst, Sommer bis Herbst, Frühling bis Sommer, Frühling bis Sommer, gut, gut, gut. Ah, konnte ich die eigentlich in alle Böden, wächst nicht in schlechten Böden, ist ja gut, das war, Oh, oh. So. Ein bisschen umgraben, was umzugraben geht. Damit wir das dann morgen gut beackern können. Oh, 20 Uhr. So. Her mit der Milch. Ja, ja, her mit der Milch. Und dann gehe ich nochmal kurz unseren Kandidaten, der da hinten irgendwann kommen muss. Jetzt müsste er auftauchen. Hä? Was? Der ist heute schon zu Hause? Also beziehungsweise in der Bau? Hat wohl früher Feierabend gemacht, ne? Der hat ja irgendwas erzählt, von wegen befördert, blablabla. Dann kommt er vielleicht eher nach Hause. Oder hat hier eine Beförderung? Äh, da ist er, da ist er, da ist er! Warte, 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 warte! Hier Eichen, Puppeichen, Gerrit. Ja, du bist müde, ich weiß. Wir starten ja sofort das neue Jahr. Vorbereitungen sind ja alles getroffen. Ich hoffe, dass die Anpflanzplätze alle ausreichen. Kurz nochmal gucken, ob auch drinnen alles befüllt ist. Bei meiner Planung wahrscheinlich nicht, ne? Na ja, klar. Dben... Vermann! Dä! 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 Erst. Verflucht, ich habe die Milch ja noch nicht verarbeitet. Meines Erachtens dauert das immer noch viel zu lange von reinstecken, rausholen. Ich meine, klar, dass ich mehrere auf einmal machen kann, ist ja toll, aber das könnte viel schneller gehen. Wie oft ich bei der Thumbnail nur eine Auswahl zwischen Käse- und Butterzubereitung und andere Thumbnails habe, ist echt Wahnsinn. Also ich habe oft zwei Bilder von wie ich Käse und Butter mache und eins von, weiß ich nicht, Angeln oder Schieß mich tot oder was anderes. Wenn man bedenkt von zwei Stunden, dass dann zwei Mal Bilder davon sind. Machen wir mal Milch und Käse, das war klar. Ich habe ja meistens drei Thumbnail-Bilder zur Auswahl. Wenn ich nicht irgendwie was am Computer selber aber sowas mache ich ja nicht. Das wäre ja Arbeit und Arbeit habe ich ja schon genug. dice und planen keine Kunst oder sie wieder. Aber auch eine Soleil-Bilder zur Auswahl? otra отcolla-Bilder. Ich muss noch einmal Eind Sod eindragua, oder? Die braune. Je mich blind Also ich habe doch zwei braune Ziegenmilch gehabt. Achso, ja, ich habe ja einmal einen Kühlschrank getan, ich Idiotin. Ich Idiotin, ich bin ja weiblich. Jetzt schnell ab ins Bett und willkommen neues Jahr. Tschau. Engelchen, ich wollte mit dir über Kenji reden. Er scheint in letzter Zeit nicht gerade begeistert von der Arbeit auf dem Hof zu sein. Was? Findest du? Das wird wohl nur die Zeit zeigen. Trotzdem, wenn er andere Pläne verfolgen will, sehe ich da kein Problem. Es ist sein Leben. Er verdient es, es so zu verbringen, wie er will. Nicht mein Kind. Mehrere Jahre später. Doch, guck mal, er bürstet Heidi. Oh, der hat nicht mehr Papas Klamotten an. Was sagst du dazu? Er findet, er ist jetzt erwachsen. Wie es sich wohl anfühlt, sein Enkelkind immer älter werden zu sehen? Der Apfel ist nicht weit vom Stamm gefallen, oder? Er ist bei mir sehr ähnlich. Das bedeutet dann wohl auch, dass er dir ähnlich ist, alter Freund. Kenji ist jetzt richtig erwachsen geworden. Er packt das Leben bei den Hörnern und jagt seinen Träumen nach. Ich weiß, wie wichtig dir das Lernen ist, aber du solltest dir auch etwas Zeit nehmen, um mehr auf dem Hof zu helfen. Ja, das werde ich machen, keine Sorge. Gott sei Dank. Es ist schon schön, Kinder beim Aufwachsen zuzusehen. Aber wenn sie einmal Flügel geworden sind, macht es einen auch ein bisschen wehmütig. Da fällt mir ein, ich sollte dir auch etwas über den Hof erzählen. Ich muss sagen, dein Kind hat ein erstaunliches Talent für die Landwirtschaft. Damals, als sie anfing, dachte ich, sie würde sich gerade so durchschlagen. Aber ich bin eines besseren belehrt worden. Das heißt natürlich, dass ich selbst auch immer noch so beschäftigt bin wie eh und je. Aber solange noch Leben in diesem alten Körper ist, mache ich weiter. Durchquerung. Und unsere Haare sind noch nicht grau. Ich bin froh. Wahrscheinlich erst im letzten Jahr oder so. Oh, ich glaube, wir haben ein paar Falten mehr. Ähm... Das ist ja auch noch ein paar Mal. Ich bin froh. Aber ich bin froh. 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 peacemaker sabes? Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ein schönen guten Tag bei mir. Frau Romana wird heute Abend eine Silvesterfeier in der Wähler ausrichten. Ich möchte Ihnen daher eine Einladung übermitteln. Es wäre uns eine große Freude, wenn Sie bei der Feierlichkeit begrüßen sind dürfen. Da sind wir noch immer jedes Jahr dabei. Zwischen 10 und 17 Uhr. Ja. Und ja. Ja. Übrigens bringen Sie Gäste jedes Jahr eine kulinarische Kreation auf. Ja, ich weiß. Machen wir. Aber jetzt mal Arbeit auf dem Hof. Von mir hier ohne Sorgen. Kapitel 5 durchqueren erreicht. Ein Wunder. 78. Ja. Dann sind es ja bis noch 10. So, Tiere zu füttern rauslassen. Und dann geht's ans Aussähen. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nein! Verdammt! Das ist zum Heulen! 4.3, sie verrottet! Kacke! Die gute Janusen-Universum! Ich bin ein guter Pfeifen. Ich bin ein guter Pfeifen. Ich bin ein guter Pfeifen. Oh, Scheiße. Ja! Ach, Mensch, ist das scheiße. Ich muss mal gucken. Eins, wie kluppelt die, wie sieht's aus? Ja, davon haben wir dann nur noch die andere, die wir anbauen müssen, sonst geht es im Sommer, ob ich das richtig gesehen hab. Äh, was ist ein 34? 7, 6, 5, 4, 34, ok, ja, shit. Habe ich noch welche im Kühlschrank? Dann muss ich die wieder zusammen umwandeln. Oh, ne, habe ich nicht im Kühlschrank. Habe ich vielleicht im anderen Kühlschrank? Guten Morgen. Guten Morgen. So, Winter, 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 Winter. War ja klar, dass die alle nur im Winter wachsen. Habe ich gesagt, dass ich dieses Spiel auch habe auf der Switch? Ja, auf der Switch habe ich die auch. Also, ich habe es auf beiden Konsolen. So, gut. Hatte ich die jetzt nicht noch gemacht? Sieht nicht so aus. Das ist kaki. Habe ich denn hier welche drin? Nein, verdammt. Da muss ich die komplett neu machen. Das ist kacke. Äh, ärgerlich, ärgerlich. Verdammt. Stirnmilch, braunmilch. Ah, verdammt. Das ist die Arbeit, die ich nämlich hätte machen müssen. Andererseits hätte ich auch gucken können, wo ich die gepflanzt habe, ob die überhaupt noch reif wären. Selbst schuld. Bin mir aber auch nicht sicher, ob ich abends geguckt habe, ob die vielleicht noch abends reif geworden sind. Ah ne, das mit der 35 ärgert mich gerade ein bisschen, dass die verrottet sind. Ah, was soll's. Ich habe ja Winnie, den kann ich ja immer noch wieder nachproduzieren. Ich bin gerade im fünften Jahr angekommen. Hm. Oh Claude! so mal gucken da ok ich mache habe ich abgezopft ok habe ich scheinbar tatsächlich zu Dings verarbeitet ich Idiotin wo ist dann an Shikenshi Auskaufungsstätte alles klar Lucky kleine Mieze so das wäre eh nicht Hallo Hugh Morgen Wie läuft's mit deinem Hof? Ist der nicht erwachsen geworden auch? Mit unserer jungen Erwachsenes muss der eigentlich schon lange erwachsen sein Frühling, Frühling, Frühling Jetzt gibt's wieder Kräute und dahin ist Kenji Vielen Dank, es war schön mit dir zu plaudern Aber gerne, du interessierst dich also wirklich für Archäologie Ich hatte ja keine Ahnung Ah, das ist ja weniger Ich wollte nur deine Meinung hören Äh, oh, ach so, ja, und wozu? Also, du bist ja schon vor einigen ganzen Weilen ins Vergessene Tal gekommen, oder? Spielst du mit nie mit dem Gedanken, in die Stadt zurückzuklären? Mach dir das Leben ohne Romanzen, Mode und solche Sachen gar nichts aus? Äh, ich bin wirklich schon eine Weile hier Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen Die Zeit verging so schnell Ich war ungefähr in deinem Alter, als ich hierher kam Aber ich verstehe nicht ganz, warum ich hier nicht auch eine Romanze oder mich mit Mode beschäftigen sollte So meinte ich das nicht Ähm, wie sag ich es am besten? Äh, du bist immer so fleißig dabei, in der Erde zu wühlen Ich hätte nie gedacht, dass dich irgendwas anderes interessiert, entschuldige Wofür entschuldigst du dich? Ehrlich gesagt, ich würde wahrscheinlich in die Stadt zurückkehren, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte Ich hab immer wieder darüber nachgedacht Aber ich liebe meine Arbeit mittlerweile so sehr, dass ich hin und her gerissen wäre Es wäre eine schwierige Entscheidung Danke, Flora Oh, ist das alles, was du wissen wolltest? Ja, ich schätze deine Einblicke sehr Jetzt habe ich einiges, worüber ich nachdenken muss Okay, dann bis bald Hast du uns belauscht bei mir? Also sowas? Äh, hallo, das ist ein öffentlicher Raum Hey Mama Irgendwann in nächster Zeit würde ich gerne erfahren, was in Darlys Kopf vorgeht Leute wie ich sind dazu bestimmt, sich irgendwo zu verkriechen, wo sie keiner sieht Irgendwann in nächster Zeit, äh, achso, ok Mal schauen wie groß Sie hat sich nicht vergrößert Doch ein bisschen? Ein bisschen Ein bisschen Ja, sie war ja sowieso schon recht riesig, ne? Muss ja nicht noch viel größer werden Also stem Was ist das? So, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir noch irgendwelche neuen Funde finden. Das ist ja quasi das vorletzte Jahr. Ich glaube, als Kind habe ich das. Das habe ich nie so lange durchgehalten. Das habe ich nie so lange durchgehalten. Und je größer das wird, umso schwieriger wird es, neue Sachen zu finden. Okay. 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 So, was fahren wir denn an Questen? Ähm, modifiziertes Obst Was? Wiss? Muss sein Repertoire stets erweitern. Hat jemand modifizierte Früchte? Wäre sehr dankbar. Aha, Ziegenbutter A dreimal. In all ihren Zartoff normalen gebackener Karre Karo. Echt jetzt? Was soll ich mit sieben Apfel-A-Samen anfangen? Ich pflanze doch keine sieben Obstbäume mehr. Einer reicht völlig. Werkzeugzusatz im Angebot. Nur Tauschhandel gebraucht, aber gute Qualität. Hyperdrink 3, Werkzeugsatz. Hä? Wieso? Drei Hyperdrink? Braucht aber gute Qualität. Werkzeug-Satz. Ach, vielleicht was für unseren Sohn. Das soll dann quasi auch mit der Formarbeit... Wieso? 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 Okay. es ist noch genug genug was ist noch genug drin Sternenmilch und Sternenmilch es 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 Das war's für heute. Ach ja, Frühling und Herbst sind die besten Zeiten für Milch. Ja, Frühling und Herbst. Ich bin doch darüber erstaunt, dass unsere Haare nicht noch weißer geworden sind. Ich meine, im letzten Jahr war ich total schockiert, als wir plötzlich so fette Strähnen da hatten und Falten und so weiter. Das war doch etwas... Sehr überraschend. Ich will das tun. Danke. Was ist denn los? Ich habe heute noch keine Eier gefunden. L Section 2 Soapquia 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 Erstmal kurz drinnen auffüllen, falls nötig. Auf jeden Fall noch ein bisschen gutes Futter bestellen. So. Nicht wundern, ich hatte schon vollen Stall, hab aber wieder verkauft was, damit wir auch weiter züchten können. Enzyklopädie Tiere. So, bei den Tieren fährt uns quasi nur noch der Ziegenbock, Böcklein. Nebenprodukte. Ziegen S Plus. Also quasi die mit Sternchen. Anbaupflanzen ist in Arbeit. Also ich glaub acht zweite Gen Früchte und eine dritte Gen Frucht fehlen und zwei blaue. Wobei eine blaue habe ich schon angebaut. Jetzt im Frühling oder Herbst. Ich glaube Winter, Frühling, Sommer oder so. Keine Ahnung. Baumfrüchte sind mal komplett. Rezepte ist glaub ich das, was am längsten dauern wird. Fuck. Fische haben wir voll, Werkzeuge haben wir voll, archäologische Funde. Ja, puh. Ein Fossil. Ein komisches Ding. Zwei Erze, ein Goldding und eine Platte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, ja. Ich würd' sagen ein Goldding wahrscheinlich noch. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir jetzt noch irgendwie ein Goldzepter oder so. Ich wüsste jetzt nicht, was noch besser ist wie eine Krone. Ähm. Ja, bei den Erzen, keine Ahnung warum wir da letztes Jahr kein besseres gefunden haben. Und Fossil gibt's halt auch noch ein besseres. Blattfossil, Fischfossil, Muschelfossil, Marinefossil, dann halt noch irgendeins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, schauen wir mal. Schallplatten. Ähm. Hatten wir ja festgestellt, viel fehlt von unserem Sohn, wenn er erwachsen ist, von Hook, wenn er erwachsen ist, von Takakura und von Kater. Einrichtung. Ja, da fehlt uns noch der letzte Düngerstreuer, den wir uns dann irgendwann holen, wenn ich, äh... Ja, bei den Minispielen... Hm, hm. Also ich weiß, dass es irgendwie noch was im Restaurant gibt, aber ich weiß nicht, welche Uhrzeit wir mal nehmen müssen. Bewohner kennen wir ja auch inzwischen alle. Los. Läuft. Ähm. Ähm. Gehen wir aber wieder zu den Ursprüngen zurück. Ähm. Ja. Mal kommen wir. Ja. Mal kommen wir schauen. Viens. Ja. Mal. Du. Unst. W fella! Oh, Lux. Puh, 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 Puh! Einmal Wolle sehe ich hier. Oh, geil, aber keine Plus-Käse, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, wir gehen mal wieder Stein putzen. Gut Morgen, bist du auch gekommen, um Ninas Grab zu besuchen? Falls du Lust hast, könntest du mir helfen, Ninas Grab zu pflegen. Das ist ein Mindest, was ich tun kann. Oh, das hört sich gut an. Oh, das hört sich gut an. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, die perfekte Grabflöge! Ich habe es endlich mal geschafft, ohne einen Fehler zu machen. Gut, rum müssen wir mal her. Oh, wie wunderbar, mein Liebes. Es glänzt wie ein neuer Diamant, wirklich. Und das alles dank dir. Ah, sogar Nina ist von deiner harten Arbeit begeistert. Ah, ich bin so froh, dass wir das für sie tun konnten. Ich danke dir für deine Hilfe. So eine redliche Arbeit verdient deine Belohnung. Ja, das ist für dich. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ein Ahoi! Lass dich wieder mal sehen. Oh Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es tatsächlich mal fehlerfrei schaffe, diesen Grabstein zu putzen. Es ist echt eine Konzentration, sich da im richtigen Moment immer X zu drücken. Und das dann über den Zeitraum. Flora! Ja, Professor? Du brauchst nichts weiter zu sagen. Äh, was? Ich werde die Tiefe deiner Hingabe an mich nie bezweifeln. Bitte zeige mir, dass du auch so fühlst. Komm, wirf dich in meine Arme. Okay. Ich bin, bitte dich, um Verzeihung, dass ich so lange gebraucht habe, um es zu erkennen, meine liebe Flora. Komm, wirf dich in meine Arme. Also, in deine Arme. Okay, wenn du drauf bestehst. Aua! Flora, hilf mir! Oh, Professor! Ist er ins Wasser geflogen? Apropos, wo ist er? Wo ist er? Hat er doch eben noch hier gestanden. Hier ist er nicht. Was? Wo ist er? Der Professor ist weg. Ertrunken! Nee, wo ist er denn? Am Strand. Äh, ich bin irritiert, was das gerade für eine Szene war. Heißt das jetzt, der Professor hat seine Gefühle für Flora entdeckt, oder was? Flora klang allerdings ein bisschen, äh, missverstehend. Also, sie hat es jetzt nicht als die Missgeständnis oder so aufgefasst. Kommt der Professor noch zurück? Ja, scheint auf dem Weg zu sein. Heißt das jetzt nicht alles! Jetzt habe ich ihn wieder vergessen, ich glaube, der wird wieder... Ich muss ihn noch mal kurz holen. Äh, das war irgend so ein bisschen Gen-Obs, ne? Ähm, modifiziertes Obst und gebackene Kakaro. Gebackene Kakaro. Bohnenbohnen, aha. Äh, gebackene... Bohnenbohnen. 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 Aber den Hyperdrink kauf ich dann morgen, beziehungsweise drei Hyperdrinks. Was? Da liegt etwas an, wegen des Auftrags. Wirklich, leider sehe ich bei Ihnen nicht das, was ich benötige. Ich hoffe, Sie lassen mich wissen, sobald Sie das so... Hä? Okay. Äh... Modifiziertes Obst? Ach so, vielleicht ist die Kastanie kein Obst. Kann natürlich sein. Oder es ist nur eine zweite Gen-Frucht. Und ich hab heute mit der dritten Gen... Äh... Dann nehme ich einmal sowas mit. Und einmal sowas. Ooh. Okay. ... Das war's für heute. Alter, willst du mich verarschen? Dann soll er noch schreiben, was er haben will und nicht irgendwie modifiziertes Obst schreiben. Ich hab doch schon allen Scheiß gezüchtet. Ich hab doch noch einen Scheiß. Ich hab doch noch einen Scheiß. Ich hab noch einen Scheiß. Musik Musik Oh weh Sie wurde mal wieder abserviert Musik Oh, bei mir hättest du eine Minute Ich bräuchte jemanden zum Ausruhen Rate mal, wer wieder sitzen gelassen worden ist Na komm, rate Ich dachte, ich hätte aus dem letzten Reihenfall gelernt Und bin mit jemandem Älterem ausgegangen Ich hab mich so umsorgt gefühlt Es war wunderbar Perfekt geradezu So perfekt, dass ich schon die Hochzeitsglocken läuten hörte Eines Tages hab ich also das Thema Heirat angesprochen Und du weißt schon, nach dem Motto Wie wär's Wie wäre wenn Und mein Schatz Hab doch noch eine tolle Zeit Naja, ich fand auch Also hab ich das Thema eine Weile auf sich beruhen lassen Aber eines Tages bei einem Date Wohl gemerkt Haben wir einen Freund von meinem Schmucki getroffen Und weißt du Er mich vorgestellt hat als eine Freundin Nicht meine Freundin Kein meine Nur eine Und all die Abende Die wir zusammen verbracht haben Den romantischen Abendessen Die Filme Hat jemand die Definition von Date geändert Nur Und mir nicht Bescheid gesagt Ich kann ja nicht einmal behaupten Dass er mich sitzen gelassen hätte Wir waren schließlich nie richtig zusammen Ich war einfach nur eine nette Zeitvertreib Das ist alles, was ich je bin Ich hasse das alles Mir stillt die ganzen Dates bis hier Molly Gavin Äh, was ist denn? Naja, jedes Mal, wenn du aus der Stadt zurückkommst Wirkst du so verzweifelt Ich mach mir Sorgen um dich Oh nein, hier geht's so großartig Ganz bestimmt? Ja Dich zu sehen hat mich richtig aufgeheitert Äh, ich weiß nicht ganz, was das bedeuten soll Aber in Ordnung Das hat nichts zu bedeuten Komm, gehen wir zurück Nochmals vielen Dank bei mir Wir sehen uns Ähm Hat mich gerade irritiert Könnte es sein Also ich Sie arbeitet ja als Teilzeit in dem Café Äh, ich war teilweise immer davon ausgegangen Das gab, wenn ihr Vater ist oder so Aber was ist denn, wenn er auf sich steht? Wäre doch auch kein schlechtes Paar Ist nicht wahr Immer noch nie Warum sagt der niemand, der haben will? Ist doch kacke Modifiziertes Obst Ich komme mir gerade ein bisschen wie Molly vor So Hat mir einer nicht Bescheid gesagt Wie modifiziertes Obst geht Na scheiße Kann man zumindest sagen, dass dieses Obst, was ich hier drin habe Und das nicht ist, was er haben will Und das nicht ist, was er haben will Und das nicht ist, was er haben will ist eigentlich kein ob das auch nicht sein wird mich jetzt sehr wundern weil obst ist ja eher das was an den bäumen wächst und das habe ich ja schon ausprobiert es ist ja nicht mehr hier auch nicht sicher wo es eigentlich gibt es ja hat er jetzt hier okay erarbeitet ihr alles klar ja wie gesagt das hat mich jetzt gerade ein bisschen auf was ja 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, die letzte Steintafel! Ich glaube, ich habe auch schon den perfekten Titel für diesen Part. Mein lieber Jolly, was ist denn das? Darauf scheint etwas eingraviert zu sein. Was könnte der Schlüssel für die Disziplination im Vergessenen Tal sein? Dürfte ich dir dies fürs Erste abnehmen? Sonst scheint es hier nichts von archäologischem Wert zu geben. Du kannst den Rest deiner Fundstücke also gern für dich selbst behalten. Das wäre dann alles für heute. Ich hoffe, wir können weiterhin auf deine tatkräftige Hilfe zählen. Ach, übrigens, ich wollte dir noch etwas erzählen. Erinnerst du dich an die Tafel, die du ausgegraben hast? Flo und ich haben begonnen, die Innschrift zu entziffern. Die Worte unseres Volkes musst du um jeden Preis bewahren, sind in der alten Sprache auf der Tafel eingraviert. Aber was ist es? Die feinere Details entziehen sich noch meiner Verständnis, aber ich kann dieser Herausforderung kaum widerstehen. Auf jeden Fall entschuldige ich mich dafür, dass ich dich aufgehalten habe. Ich hoffe, wir können weiterhin auf deine tatkräftige Hilfe zählen. Doppelt gemoppelt. Ah, verstehe. Oh, das war's also. Wir sollten in der heutigen Zeit in der Lage sein, das nachzubilden, was auf der Steinkafel aufgezeichnet ist. Und du, wenn mir, sollst mit ansehen, wie Geschichte geschrieben wird. Ich muss noch jemand anderen bitten, uns bei diesem Unterfangen zu unterstützen. Flora, bereite das Feuer vor. Ich würde mal auf den verrückten Professor Starling setzen. Okay, es geht um ein Gericht. Hallo zusammen. Kata war ganz aus dem Häuschen, als er in ein Gasthaus angekommen ist, um mich um Hilfe zu bitten. Da bin ich also. Danke für dein Kommen, Lu. Damit sollten unsere Vorbereitungen abgeschlossen sein. Man nehme zunächst die Zutaten Kreis, Dreieck, Quadrat. Man gebe sie sodann in eine tiefe Schüssel. Erhitze, kleine Finger geworden ist, das heißt also 30 Minuten. Wunderbar, jetzt ist es gut durch. Dann, Geduld ist eine Tugend. Man warte ab, bis die Mitte abgekühlt ist. Tja, dann müssen wir wohl warten. Man gebe schließlich acht, sich mit nicht die Zunge zu verbrennen. Dies ist unsere Traditionsrezept, weitergeben von Generation zu Generation. Das Geheimnis seines Geschmacks ist stets zu hüten. Unser Volk muss es um jeden Preis bewahren. Das ist Curry. Einfach nur stinknormales Curry, oder? Als Kater zu mir gekommen ist, hatte er so ein Zeug von einer momentalen Entdeckung erzählt. Da habe ich mich natürlich gefragt, was das wohl sein könnte. Aber das ist alles? Beim Kochen handelt es sich um eine Basis einer jeden Zivilisation, Zeitalter und Völker erinnern sich und unsere Zepte tun es ihnen gleich. Selbst heutzutage gibt es in vielen Regionen Spezialitäten, Gerichte, die Zutaten geschickt zur Geltung bringen, die sich vor Ort finden lassen. Nahrung kann also tatsächlich ein Schlüssel zur Welt unserer Vorfahren sein. Wir könnten beispielsweise erforschen, welches Klima für das Kochen in uralter Zeit nötig war. Möglicherweise sogar einen Blick auf religiöse Riten von Zivilisation werfen oder gar auf deren Kultur als Ganzes. Das ist doch alles schon sehr eher hellend, will ich meinen. Der Tafel zufolge wurden die Rezepte von Generation zu Generation weitergegeben. Darauf aufbauen können wir also annehmen, dass... Äh, Professor... Ich glaube, das Curry wird kalt. Ah, in der Tat, eine völlig richtige Beobachtung, Flora. Wir sollten diese mal umgehend zu uns nehmen. Danken wir diesen uralten Volk für sein Geheimrezept. Also dann, lassen wir es uns schmecken. Äh, Curry? Curry? Einfach nur Curry. Okay, Kata ist im rosa Bereich. War der schon? War er, glaube ich, schon. Charlie, Takakura, Garret ist auch im rosa Bereich. Ähm... Oh, da fällt mir ein. Kenji. Ich mag mich gar nicht trauen. Oh Gott, akademisch ist es schon wieder um fast doppelt so viel gestiegen. Ja, nee, Pflanzenanbau, ja, Tierhaltung auch, aber scheiß, die Wand an. Akademisch kann ich unmöglich im letzten Jahr noch aufholen. Ich habe keine Ahnung, ob man fragen. Ja. Oh! Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was zählt denn eigentlich als modifiziertes Obst? Ah, Anbaupflanzen. Hm. Bananen. Ist ja normales Obst. Modifiziertes Obst, hab ich jetzt gedacht. Ah, von denen wollte er auch nichts haben. Ah, am liebsten. Tropische Frucht, die genau richtig saftig ist. Vielleicht noch eine Runde Hallo, hier ist wieder der Milchmarathon. Heute geht es um Geburt von Kälber. Quinn, Avery, los geht's mit den Fragenrunden. Wie lange ist eine Kuh trächtig? Gute Frage, die Trächtigkeit einer Kuh dauert in der etwa 20 Tage. Wow, 20? Irgendwie feststellen, ob das Kalb bald geboren wird oder taucht es einfach so wie aus dem Nichts auf? Haha, das wäre ja schön, Überraschung, wenn plötzlich ein neues Kalb im Stall stünde. Direkt vor der Geburt wird das Euter der Kuh rot. Avery? Nennt man Euter der Kuh? Also rot wird? Wie viel Zeit bleibt dann noch bis zur Geburt? Dann dauert es noch ungefähr 5 Tage. In dieser Phase war... vor der Geburt muss die Kuh Nährstoffe für ihr Kalb sammeln. Deshalb wird sie in dieser Zeit trocken gestellt. Das ist sehr wichtig. Also nicht vergessen, Quinn, Avery, verstanden? Während der Trockenstehphase darf die Kuh nicht gemolken werden. Verstanden? Während dieser Zeit sollte man die Muttertiere außerdem separieren. Und wie geht das? Im Stall gibt es einen besonderen Bereich für trächtige Tiere. Dann kann ich der Mutter und dem Kalb nichts passieren, richtig? Ja, schon, aber vergesst nicht, sie jeden Tag gut im Auge zu behalten. Und Avery, verstanden? Das war's für heute. Danke, dass Sie beim Milchmarathon eingeschaltet haben. Hallo zusammen, jetzt ist wieder Zeit für ein Klang mit der Musik. Mein heutiger Gast ist Shisi... Äh, Shis... Shaka Khan. Ein auftrebender Tabla-Trommler. Unser Partnerin Holy wird für uns dolmetschen. Herr Khan, können Sie uns sagen, wie lange Sie schon die Tabla spielen? Äh, began mit etwa 45 Jahren. Unfassbar, dann spielen Sie also erst seit drei Jahren. So schnell konnte sie das Instrument meistern? Beeindruckend. Naja, eigentlich ist das Ganze einfach zu erlernen. Wie oft üben Sie täglich, Herr Khan? Naja, mal sehen. Äh, ich versuche jeden Tag eine halbe Stunde zu üben. Hey, so wenig Zeit, wenn Sie... Wetten Sie auf? Herr Khan wird uns jetzt etwas auf der Tabla vorspielen. Und entspannen und genießen Sie die Show. Eine wunderbare Darbietung, Herr Khan. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Applaus für Shikitake Khan. Damit sind wir... Ach so, warte. Das habe ich auch verstanden. Ist egal. So, Katze hochgehoben. Ich bin irgendwie ein bisschen... Ah ja, wir brauchen ja von den Hyper-Dings, aber der ist ja erst um zwölf da, ne? Zwölf, was machen wir so lange? Machen wir halt einen Verkaufsstand. Morgen! Hey! Baum 9, das will ich haben. Was kostet das? Okay, das nehme ich. Oh, liegt im ersten, zweiten, dritten Jahr hat er keine Kohle gehabt und jetzt kann er sich so eine Baumfrucht leisten. Morgen will mehr. Hoffentlich können wir unseren Tag mit einem Legion genießen. Baum 9, das ist interessant. Ich habe stets keinen Preis dran. Wie viel? Gut, dein Preis ist es bestimmt wert. Hey, Baum 9, wie viel kostet der? Immer noch. Ach, dann vergisst du es. Na, willst du noch einen? nicht du noch nicht so ein Strom. Ich nehme mich zu. Du hast dich, dann gehe ich ab. Das war und du noch nicht so ein, ich habe. Das sind meine Leute einfach nicht so ein und ich kann ihn nicht so ein, wenn du noch nicht so ein, ich habe ja nicht so ein, ich bin Arbeit ver Sevierde. Ich habe sie im Erf. Du hast ihn mit dem Mal bei dir. Wollt ihr hier gebe ich dir? Achtung was nicht so ein, ich habe ich die Zeit. Du hast mich einfach nicht so ein, ich habe es und mich selber gemacht. Untertitelung des ZDF, 2021 Ah, der Doktor weiß, was gut ist. Ah, der Doktor weiß, was gut ist. Oh, dann warten wir mal auf ... Wie viel Kohle haben wir eigentlich jetzt verdient? Puh, gerade mal ein Drittel vom Bären. Und ich muss ja diesen Fies, der Hyperdrink, drei Stück. Oh, der Doktor weiß, was gut ist. Der Doktor weiß nicht, wenn Tablet ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wieso kann ich da eigentlich nicht auch einfach sagen, ja, ich möchte drei Stück davon haben? Ach, und noch eine Frage. Wir haben Frühling. Warum hat er keine Ziegen und Böcke im Angebot? Die gab es auch, glaube ich, nur im Frühling. So, und ab 13 Uhr ist dann der wach und dann kann ich ihm das geben. Und dann kriege ich hoffentlich das Werkzeug für meinen Sohn. Ich denke mal, das ist das Werkzeug. Weil ich kenne mich jetzt nochmal weg. Und wir sehen uns dann morgen. Bye, bye. Tschüss. 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 Oh, aber ich glaube nicht alle hier. Ist das ein Bunsenbrenner? Ja, das ist ein Bunsenbrenner, ich dachte das wäre ein Laptop. Ui, da habe ich mein Tauschgesuch am Anschlagbrett gelesen. Wie ich sehe, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Oh, da musst du das Werkzeug, aber sehr dringend brauchen, kann ich dir nicht verdenken. Oh, ich habe es für meine Experimente benutzt, aber du kannst damit bestimmt eine tropfende Decke reparieren. Tropfende Decke oder was, eben so machen. Äh, äh. Cola hat man natürlich auch wieder gekriegt. Ah, äh. Tuh, 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 tuh. Ah, äh. Ah, äh. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wie sieht es denn eigentlich mit IQ, Lucky und Azen? Na gut, bei Azen muss ich eigentlich mal wieder trainieren. Aber ihr wisst ja wie das ist, das dauert immer so ewig und drei Tage, bis er dann mal seine Übungen durch hat. Also ich hätte jetzt eigentlich mit einigen Änderungen im fünften Jahr gerechnet. Aber irgendwie viel ist nicht passiert. Abgesehen jetzt von der letzten Steiltafel und den zwei sehr merkwürdigen Beziehungsszenerien, die wir gesehen haben. Einmal von Molly und einmal von Carter. Also Carter mit Flower und Molly mit nur Freunde und Gabeln. Also ich glaube, ich hole jetzt noch irgendwas für meine Felder zum Anbauen, wenn denn einer da ist. Der mir was verkauft? Nein? Nicht? Sind hier Tomaten oder so? Da kommt Wester, dann kann sich doch gleich bei ihr was kaufen. Was nehmen wir dann? Müssen wir mal gucken. Was Jahreszeit bitte geht. Dann nochmal die Kühe melken. Meine Schwester, beeil dich doch mal im Buschel. Schnauig. Äh, Kreuz... Du richtige gute Kreuzung bekommst, wenn du Tomatentoffeln und Melo Melo kreuzt. Ach, Tipps kriegt man auch noch für Kreuzung. Ja, ist ja klar, weil es ja hier flüssig auch formen. Na, ist das Gemüse? Ja, stopp, wir fahren den ganzen Tag. Möchtest du heute kaufen? Ja, ich möchte kaufen. Alles klar. Wir haben eine große Auswahl. Leider nicht an den Gekreuzten. Wäre natürlich cool, aber nö. Äh, Frühling bis Herbst? Frühling bis Sommer. Ähm. 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 Also. Es muss lägen. Ah, guten Abend. Nichts stärkt ein geist so gutes Wetter. Meinst du nicht auch bei mir? Solltest jeden Wunsch verspüren, dich an der Ausgrabung. So, dann haben wir mal noch ein paar Melönchen. Solltest jeden Wetter. So, alles anders nochmals. Ich bin bescheuert. Hier sind doch sonst noch mal Gräser. Geht doch mal aus dem Weg. Okay. So, alles voll. Gut. Dann fix noch umwandeln. Nein, die stören mich nicht. Gut. Die stören mich auch nicht. Was war ich mit der Marmormilch? Habe ich die gerade übersehen oder was? Ähm, normale Melch. Brown Melch. War ich nicht. Das war ich mit ihm. Pass auf, oder? Ziegenmilch Kurde hahahah Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Moment Schlupfen So, dann Tagebucheintrag Oh, stillen Ah, jetzt kriegen wir ein Schaf Alles klar Und damit würde ich den Part jetzt auch erstmal beenden Der schon über zwei Stunden geht, was? Oh mein Gott Na gut, den letzten Part war ja mal etwas kürzer Deswegen, ich werde ja heute auch noch einen Part für morgen aufnehmen Den hier werde ich gleich rüber Durchquerung, Frühling? Okay So heißt das ja also Und wir sehen uns dann am nächsten Part wieder Ich hoffe, der Part hat euch gefallen Über einen Daumen würde ich mich freuen Über einen Kommentar natürlich auch, ist aber kein Muss Bis zum nächsten Mal, eure Tita Kenji Tschüss 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 Vielen Dank.